Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon so einiges an Action gesehen, beziehungsweise in den letzten Folgen. Denn jetzt soll ich zurückkehren und mit Maria sprechen. Ich bin jetzt auch schon da, wo ich hingekommen bin. Also ich habe euch jetzt diesen ganzen Weg im Endeffekt von hier oben bis nach da unten habe ich euch erspart. Und wir suchen jetzt erstmal Maria. Ich höre sie auch irgendwo. Sieht eher wie ein Militärlager aus. Ich wette, dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Nee, so ist sie. Da. Lass deine gläubigen Kinder nicht der Vergessenheit an Träume fallen. Du bist also Aloy. Der Kriegstrupp hat von dir erzählt. Die Heldin von Teufelsleid. Nur eine von ihnen. Ich kämpfte nicht allein. Bist du Maria? Bal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Karja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung. Aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Karja vor, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Karja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwegen. Wirklich. Also eigentlich bin ich besser ohne Bogen und besser im Nahkampf. Aber, naja. Das Karja vorliegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Karja nennen es Tarkturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Karja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen. Und zur Göttin beten. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja. Nicht hier in unserem Dorf, natürlich. Aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten. Und nur erhandeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort. Weder fremd, noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mit Sonas Hilfe. Obwohl sie Ruhe brauchte. Das wird sie keinesfalls einsehen. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und drei Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Die Maschinen. Sie sind verrückt geworden. Ja. Räume verdorbene Zonen. Dann schauen wir doch mal eben auf der Karte nach. Also wir haben hier eine verdorbene Zone. Oh, und eine in völlig fremdem Gebiet. Verdorbene Zone. Level 20. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt? Level 11. Oha. Das ist natürlich krass. Stufe 15. Ja, denke ich mal schon, dass wir das schaffen werden. Wir müssen ja eigentlich auch nur zwei machen. Stufe 20. Das ist halt doppelt so viel, wie wir jetzt eigentlich haben. Okay. Hier sind auch jede Menge neuer Quests, sehe ich hier gerade. Wieso kann ich jetzt? Achso, das ist das Äußerste, was ich zoomen kann. Hier sind fünf neue Quests, die ich machen könnte. Ich würde normalerweise sagen, dass wir da erstmal hingehen und die Leute mit den Quests suchen, damit wir unsere Stufe so ein bisschen erhöhen können. Ist der das? Ja. Ja, das Schnellreisesystem. Ihr seid lustig. Die sagen mir immer nur, dass ich dafür was Spezielles brauche. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... Fort. Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich... Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen. Aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Ja, aber natürlich können wir den Freunden helfen. Karte öffnen, eine Siedlung oder ein Lagerfeuer auswählen erfordert... Ja, genau. Erfordert eine Schnellreise... Äh, Schnellpaket pro Reise auch noch. Eieiei, pro Reise? Ich dachte, man kauft sich dann ein Paket und kann damit so oft reisen, wie man möchte. Das ist natürlich blöd. Wo wollen wir denn hin? Kann ich jetzt hier gerade nicht sehen. Moment, da muss ich mal eben schauen. Äh, nee, Aufträge. Zuflucht. Auf Karte anzeigen. Wo wollen wir denn jetzt? X linke Seite. Ah, da unten. Hm, okay. Ja, ist noch ein bisschen hin, bis wir dann wirklich da sind. Das heißt, ich muss auf jeden Fall eine größere Stecke hinter mich bringen. Hab ja leider vor einigen Folgen mein Reittier verloren. Das ist ein bisschen blöd. Ich hab unterwegs ein paar Mal versucht, ein neues Reittier zu holen, aber irgendwie funktioniert das alles auch nicht. Ähm, ja, ich hab auch keine Ahnung, wo ich das Reittier überhaupt verloren habe unterwegs. Also, ich weiß schon, wo ich es verloren habe, aber ich weiß nicht, wo es jetzt letztendlich ist. Das wird auch nicht angezeigt, was das hier genau ist. Ähm, ich weiß auch nicht, was das Blaue jetzt eigentlich für ein Symbol ist. Also, wenn ihr das Spiel schon gespielt habt, dann wäre es ganz cool, wenn ihr mir sagen könntet, was das Blaue für ein Symbol ist. Hier gibt es nochmal eine verdorbene Zone, okay. Die ist auch ab Level 15. Könnten wir aber definitiv noch hinkommen. Ich denke mal, dass diese Fallsymbole, diese Jagdgebiete sind, die wir ja schon kennengelernt haben, beziehungsweise, wovon der eine gesprochen hat. Aber das Symbol hier sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ich wüsste auch nicht, wie ich das rausfinden sollte. Und das hier, ja, sagt mir im Prinzip auch nichts. Also, ich würde sagen, dass wir zur Zuflucht reisen und dass ich dann irgendwann hier rauskomme. Dass wir uns dann gleich wiedersehen, wenn ich dort angekommen bin. So, wir sind hier also wieder in dem Gebiet, wo auch der Langhals ist. Hier gibt es nichts zu verstecken. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendein Gegner kommt. Also, ich gehe mal davon aus, dass hier noch ein Gegner kommt. Hier gab es einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Das ist die Frage. Untersuche das Gebiet. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber wo? Was soll ich untersuchen? Moment, da war doch gerade was. Nein! Die Ruinen? Nehme ich mal an. Oder andere Ruinen. Ich meine, das sind alles Ruinen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, in welche Ruinen. Moment, Menschenspuren hat sie aber gerade noch von gesprochen. Halt, irgendwo war was. Spur markieren. Warum auch immer ich die jetzt da markieren kann. Aber egal. So, hier fängt es an. Ja, also in die Richtung. Okay. Der Große macht mir jetzt keine Sorgen. Ich weiß nur nicht, ob hier noch andere sind. Oder ob die die jetzt schon alle niedergemetzelt haben. Ich denke mal eher nicht. So, hier geht es weiter. Erledige die Sägezähne. Ah ja, das sind die Sägezähne. Okay. Ach, die sind da oben. Ah, okay. Verstehe. Das wäre nur ganz gut, wenn ich dann vorher mal irgendwo hin könnte. und einen rauslocken könnte. Aber ich glaube, das befürchte ich, kann ich wohl nicht machen. Ich muss herausfinden, wie ich mehr Maschinen überbrüßen kann. Okay. Dann nehmen wir mal die Feuerdinger hier. Ist noch jemand da? Das bringt wohl nicht allzu viel gegen die. Das wäre ganz gut, wenn er mit rauskommen würde. Kommst du mit raus? Oh, hier kommt beide mit raus. Okay. Wenn ich ihn jetzt noch sehen würde, wäre es noch besser. Ach, da oben. Komm her. Komm her. Ja, war ich wieder nicht aus. Ich weiß. Oh, hier. Nein! Man weicht doch aus, wenn ich auf die ausweichend hast, die Brücke. Ja, komm schon. Dich hör mal schon mal. Komm her, seh dich nicht mehr. Och, bleib doch mal stehen. Du sollst ausweichen. Hallo. Geht doch. Mann! Ja, könnt ihr. Moment, äh, wo war jetzt? Ah, da. Erstmal wieder Pfeile herstellen hier. Kein Platz mehr. Ah, ich hasse es. Den anderen muss ich auch nochmal eben untersuchen. Das Problem ist, jedes Mal, wenn man ausweicht, weiß man am Ende nicht mehr genau, wo der Gegner steht, weil man irgendwie nichts sieht. Also es ist eine blöde Perspektive, weil das so nah ist. Auf der einen Seite ist es schön, so zu spielen. Also optisch schön. Auf der anderen Seite, im Kampf ist es natürlich blöd. Das wäre natürlich besser, wenn die ein bisschen weiter, ja, wegstehen würde, dass man mehr sehen könnte, wenn man so rollt. Ähm, oh, hier ist auch noch eine Maschine. Vielleicht können wir noch irgendwas mitnehmen. Nein, natürlich nicht. Ist wieder alles voll. Ähm, Leute, wo seid ihr denn? Da oben. Müssen wir da jetzt hochklettern? Wahrscheinlich, ne? Aber wie? Das ist jetzt die große Frage. Ah. Ich komme da doch gar nicht hin. Leute. Das dürfte der große sein. Ähm. Kann man hier irgendwie hochklettern? Also von außen scheinbar nicht. Da komme ich doch auch nicht hoch, oder? Muss ich da vielleicht irgendwo rüberspringen? Komme ich hier hoch? Oh, ah, Hilfe. Aber die Frage ist, komme ich da weiter? Nein, da nicht. Leute. Es wäre schön, wenn ihr einfach mal runterkommen würdet. Oh, Gott. Es ist jetzt wieder irgendwas total Einfaches. Und ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen. Nicht, das weiß ich jetzt schon. Weil das ist immer so. Das habe ich ja auch gerne mal bei den Point-and-Click-Abenteuern. Wer meine Point-and-Clicks-Let's-Plays, Klicks-Let's-Plays, ja, verfolgt, der weiß, wovon ich rede. Kann man da irgendwie hoch? Die Wurzel vielleicht entlang oder so? Naja. Ah. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert hier. Ah. Nee. Nein! Seid ihr denn des Wahnsinns? Und meine, die stehen da drauf. Aber da komme ich von hier aus auch nicht hoch, oder? Das ist doch scheiße jetzt, ohne Mist. Ja, rede mit Färl. Ja, toll. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht gedacht, dass ich hier überhaupt hochklettere. Da oben sind die. Aber da komme ich wieder nicht rüber. Die Frage ist... Da komme ich... Ne! Das war so klar. Da komme ich auch nicht rüber? Ach, spring doch einfach mal. Mann! Hallo! Ist das dein Ernst jetzt? Geh doch da hoch. Du warst doch gerade schon ein paar Mal da. Kann ich nicht mehr irgendwie mit euch sprechen, Jungs? Das ist gemein. Da komme ich auch nicht rum. Man kann sich jetzt auch nicht anzeigen lassen, ob es hier irgendwas gibt, wo man entlang hangeln kann oder so, ne? Das ist wirklich doof gemacht. Da komme ich nicht hoch. Das ist zu hoch. Und hier falle ich jetzt gleich wieder runter. Oh, 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 oh. Nein! Ich habe es geahnt. Also es muss irgendwas Kompliziertes sein, wo man hoch geht. Da gehe ich mal von aus. Da komme ich vielleicht hoch. Aber wenn dann auch wieder nur mit Schleichen und wahrscheinlich auch mit 20.000 mal runterfallen. Ich rutsche ja hier schon die ganze Zeit runter. Hm. 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 Hey, hier komme ich definitiv nicht hoch. Moment, oder kann ich von dem... Nee. Kann ich von dem Langhals aus vielleicht hier rüberspringen? Nee, oder? Wo ist denn der? Was hat denn da jetzt eigentlich gerade geleuchtet, als ich hier... Das waren jetzt nur die Glühwürmchen, oder? Das war jetzt kein Pfad. Schade. Ähm. Nee, der kommt hier aber auch nicht vorbei. Das ist ja doof gemacht. Ich finde jetzt hier auch nichts, was jetzt eingezeichnet ist, wo man eventuell rüberspringen könnte oder so. Äh, nicht rüberspringen, äh, hochklettern könnte. Was dann vielleicht nicht direkt bei denen dran ist, sondern wo man von außen da reinklettert oder sowas. Hm. Ja, ich würde sagen, ähm, um das Ganze jetzt nicht länger zu machen, dass ich hier erstmal schaue... Ach, ich sehe auch gerade, die Uhr läuft uns jetzt auch so ein bisschen davon, also beziehungsweise die Zeit. Ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal hier schaue, ob ich einen Weg hier hoch finde. Ich meine, wir wissen ja, wo sie sind, nur sie kommen irgendwie nicht runter. Keine Ahnung warum. Vielleicht muss ich die anschießen oder so. Keine Ahnung. Ähm. Ich gucke mal, ob ich da irgendwie hochkomme. Und entweder schneide ich das jetzt noch in dieser Folge hinzu, oder wir machen da eine neue Folge draus. Je nachdem, was da noch alles dazu kommt und ob ich es überhaupt schaffe, da hochzukommen. Ja, und in diesem Fall, äh, muss ich sagen, es war doch viel einfacher, als ich gedacht habe. Da ist ja mal wieder die Theorie, ähm, ja, bestätigt worden, die ich aufgestellt habe. Aber ich bin jetzt hier nochmal wie blöde rumgelaufen und, ähm, konnte nichts erkennen und bin dann hier nochmal an diesem Ding vorbeigelaufen. Und wenn man nach unten guckt und nicht nach oben guckt, obwohl, ja, jetzt macht das auch nach oben, wahrscheinlich war ich beim letzten Mal nicht nah genug dran, kann ich mit dem Pferl reden. Ich sage besser nichts dazu. Wir reden jetzt einfach mit dem Pferl. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Äh, mir. Äh, uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Hab ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Verstehe das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Okay, ja, dann halt nicht. Kehre zu denen zurück. Ähm, ich denke mal, das ist der Typ, mit dem wir eben gesprochen hatten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dann würde ich sagen, dass ich mich nochmal aufmache und wieder zurückgehe und dass wir das dann noch in diese Folge mit reinbringen. und, äh, ja. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dort angekommen bin. So, da sind wir. Ja. So ähnlich habe ich auch gekämpft. Äh, der Typ stand doch gerade noch vor mir. Moment, was du das? Nee, dich kann ich nur grüßen. Hä? Ach, hier bist du. Ach. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Ja, und damit haben wir jetzt auch die Zuflucht, beziehungsweise die Quest, die Zuflucht abgeschlossen. Sehr schön. Und wieder eine Belohnungskiste erhalten. Ja, war ein bisschen holprig zwischendurch. Ich habe echt gedacht, ich müsste da hochgehen. Aber ich habe scheinbar jedes Mal, wenn ich nach oben geguckt habe, nicht nah genug an dieser Kiste gestanden. Ja, dazu sage ich auch nichts mehr. Wir nehmen dann in der nächsten Folge wieder eine neue Quest auf, und zwar eine dieser Nebenquests hier, damit wir noch mal ein bisschen leveln können, bevor wir uns dann, ähm, der Hauptquest wieder, ja, äh, zuwenden werden und dann da weitermachen werden. Weil, wenn das schon angegeben ist, man sollte Level 15 haben, dann sollte man zumindest auch alles Nötige dafür tun, dass man ein bisschen hochlevelt. Finde ich auch ein bisschen schade, dass man so extrem unterlevelt ist, wenn man in erster Linie nur die Hauptquests machen möchte. Aber gut, das hat man ja mittlerweile bei vielen aktuelleren Spielen so. Bei Final Fantasy 15 war es ja auch teilweise ganz extrem, dass man erst mal die ganzen Nebenquests machen musste, bevor man dann wieder weitermachen konnte. Ähm, gut. Will ich aber nicht drüber meckern, weil die Nebenquests in Horizon sind wenigstens auch sehr gut gemacht, finde ich persönlich. und, ähm, ja, sind für mich so ein bisschen wie, ja, die Hauptquest, normale Quests, wie auch immer. Es geht die Story zwar nicht weiter, aber es sind halt schöne Geschichten erzählt oder auch teilweise aufregende Geschichten. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr gut. Anstatt nur dieses, bring mir dies, hol mir das. Ich meine, meistens muss man jemandem helfen, das ist richtig, aber es ist doch etwas abwechslungsreich. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Ja, für die nächste Quest, wie gesagt, sehen wir uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis dann. Ciao.